Hi Mädels, ich habe heute ein kleines Tutorial für euch, für euch, ja, für euch. Ich nenne es 100 und eine Nacht oder so. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich blende dabei Musik ein, also quassel euch dabei nicht zu. Ich zeige euch die Sachen in die Kamera, die ich benutze. Und ja, ich hoffe es gefällt euch und ihr habt Spaß. Bis gleich. 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 . ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020